Ja, Team Gelb, drei Bälle. Perfekt. Jetzt kann der 100er kommen mit so vielen Bällen. Tati, halt mal die Kamera bitte. Hast du einen 100er? Ja, Mann. Echt jetzt? Ja. Ich hab gesagt, jetzt kann der 100er kommen. Laber keinen Scheiß. Hey, was geht ab, Leute? Moment, ich geh mal ein bisschen näher ran, dann könnt ihr es auch sehen. Acht Minuten. Ich hab die U-Bahn grad richtig knapp verpasst. Ich schwöre jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit, kommt sie zu spät. Genau heute kommt sie eine Minute zu früh, also richtig leidend. Genauso leidend wie das Kaifel hier, das einfach nicht drin bleiben will. Ich bin auf dem Weg nach München Ost, in den Osten. Dort werden wir heute raiden. Also die anderen sind schon seit 10 unterwegs. Ich stoße später dazu, hat das noch zu tun. Musste noch ein Video hochladen. Check das Video ab. Ansonsten ein paar Highlights werde ich wahrscheinlich auf Instagram posten. Also folgt mir auf Instagram. Und schauen wir mal. Heute auf der Jagd nach Shiny Ho-Oh. Und ein paar Bonbons für mein 100er Latios. Also bleibt zusammen. Mein 5-6-5-4-0-2-0-3-4-0-0-3-0-1-4. Und ich habe das ein Video hochladen. Du bist ein Video hochladen. Ich muss das Video hochladen. Aber ich habe das Video hochladen. youtube-dansomplast. Ich muss das Video hochladen. In der Migros war. Ich kann es um die erste Video hochladen. So, auf geht's Okay, anderes Auto Jetzt haben wir's, jetzt haben wir die richtige Tür Jetzt haben wir's, jetzt haben wir's Jetzt haben wir's, jetzt haben wir's Jetzt haben wir's Jetzt haben wir's Jetzt sind wir auf Wafu Hier soll's recht sein Die Zeit maximieren Weil ich eh nicht so lange dabei bin So Drei Raids Zwei Horrorbisse, ein Latios Ein Horror gefangen Ein Horror geflüchtet Kein Shiny dabei, keine guten BP dabei So Schauen wir mal, was der vor Augen hier bringt Und wir gehen dann nach Essen, ja? Nach dem Raid Okay Ich bin Hobbyspieler Pause ist immer gut So viele Pausen wie möglich Ja, aber wir können einfach mal ein bisschen Mühe bewässern Einfach mal Wir werden einfach so spät im Rücken rein Wir warten einfach bis der End Wir streiten Die Gruppe streikt Wir sind nicht begeistert von der Wafu Tour Schlafen 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 Also Bildschirm seht ihr nicht Ich hab das gar nicht angemacht Aber zeig euch vielleicht mal Schlafen Also go 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 Ich hoffe irgendeiner muss dann wieder zurück zu diesem Scheiß hier Also hol mal Arternis Oh, hat der Herzen Der Arternis fang hier, der wohnt den an Und Ja, nicht mal drei Sonderbombungs So, wie machst du das? Mach mal mit ihnen an Ja, Team Gap, drei Bälle Perfekt Jetzt kann der Hunderter kommen mit so vielen Bällen Tati, halt mal die Kamera bitte Hast du einen Hunderter? Ja, Mann Echt jetzt? Ja Ich hab gesagt, jetzt kann der Hunderter kommen Laber keinen Scheiß Hunderter Hunderter ist hier, Alter Bei Horn Der war doch bei einer anderen Gruppe dabei Erster Ball drin 100% 2-2-2 Schaut an die andere Gruppe Ich dank euch Das ist ein Glückwunsch an Hobbyspieler, Beste! Hunderter, Hunderter hoch, Alter. Warte mal, weg mit dem. So, Alter, ich sehe nichts, Mann. Du hast eine Gruppe aufgemacht. Alter. Kurze Pause von der Wafo-Tour, vom Stress runterkommen. Versuchen wir hier mal, zu dritt. Der Kollege hat zwar geschlagen, ich dachte zu viert, aber anscheinend auch zu dritt. Im Video haben wir es gesehen. Was geht los, gell? Ein Blauen am Start, Max, ein Roten am Start, Tati und mich. Schauen wir mal. Also im Video hatten die drei Sekunden Restzeit. Deswegen, ich bin jetzt nicht so... Übermütig, nicht übermütig. Wer ist das? So sicher? Ja. Er hat so nachstrahlt. Und er hat so nachstrahlt. Toll! Jetzt können wir gleich wieder raus. Wir sehen uns beim nächsten hoch. Gehen wir raus, oder? Alles klar, Jungs. Wir sind raus, oder? Wir machen keine Gruppen. Wir sind die Gruppe, Alter. Wir gehen alle rein. Ja, aber da habe ich nicht 6D oder was? Wir brauchen auch keine 6D oder was? Mein Gott, Tati hat Angst. Er sucht Vertretung. Ja, ich bin ja der Schwächste. Ich bin der Schwächste im Glied. Bist du, Alter? Schlecht nicht, aber ich bin der Schlechste unter uns drei. Ich bin der Schlechste unter uns drei. Das Wort, das ich vorhin gesucht habe, war zuversichtlich. Ja, Mann. Zuversichtlich. Er war nicht zuversichtlich. Ja, ja. Und bist jetzt zuversichtlich. Wir machen es zu dritt. Wir machen es zu dritt. Wir machen es zu dritt. Einfach nur reingehen. Wir machen es einfach öffentlich, dann. Da muss man euch zurück wollen, jetzt hat der Handy. Ja. Brauchst nicht weinen, der Lef. Zeig mal dein Tief. Ja, Mann, zeig mal dein Tief. Haut's ab, Alter. Oh mein Gott. Wir schlafen zusammen im Bett und sind doppelt. Was? Ja. Wir haben ja zwei Betten, Mann. Wir haben zwei Betten. Wir haben zwei Betten. Robert und Samas müssen Robert machen. Okay, bei mir hängt er auch wie bei dir vorhin gerade. Oh mein Gott. Der ist in der Luft, Mann. Ich fliege. Geowatz fliegt, oder? Ja, aber du stehst gerade im Weg. Danke. Okay. Feuersturm. Ich dachte da ein Sturzflug. Schau mal Feuersturm. Ich weiß nicht, ich dachte eigentlich nur bei Sturzflug. Ja, aber nein. Ich hab noch ein zweiter Klasse, wenn ich sie schaue. Wir können schon mal nur einen Sturzflug machen. Die beiden sind ja neben oben. Das ist ja, das heißt Sturzflug ist weniger, oder? Ja. Das ist ja gar nicht so. 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 In der Leere sind dann. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. 100er Mutti aber auf dem zweiten Account. Ich hab einen 100er Mutti aber auf dem zweiten Account. Ja, dann spielt sie den scheiß Account auch nicht mehr, oder? Ich hab einen. Man freut sich und man freut sich nicht, oder Dennis? Genau. Wenn man auf den Bildschnein ist, oder man wissen nicht. Was ist bei 150 was? Du musst halt einmal halten. Ja, das heißt, du müsst jetzt. Egal, ich mach tot mir lieber, oder bam bam bam, oder? Ja, gelb bei 160 hoch. Huhuh, das wird eng, nix. Oh Gott, das hat die Kippe. Gag an das. Das steckt Kio hier, Mann. Ich hab kein Kio hier, Mann. Ich hab schon eins, aber ich bin in Prüssel. Was für? 16,90. 16,90 geht schon. Aber kein 15 lang. Das ist wurschtbar. Den mach ich nur aus dem Notfall, wenn ich gar keinen Schein kriege. 16,90, Kio hier ist immer noch viel besser als ein Gag am Lass. Ja, das magst du sein. Ich hab nichts anderes Willkommen, Mann. Ja, aber ich will jetzt auch... Ich werd schon... Ich werd hier schon Prüssel und sein. Kio hier kommt nie. Zwei Wochen hier. Kommst du dort auf jeden Fall. Wo ist er auch wieder da? Ohne... 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 Ohne gar nichts mehr. Nee, weil Lugier kam. Das war klar, dass wir auch noch nachkommen. Das haben wir wenig mehr Latschen. Das ist echt beendet. Das ist echt beendet. Schauen wir mal. Die letzten 100 Sekunden. Ohne scheiße. Du wartest mich, Mann. Du wartest mich, Mann. Sie sind selber fast die scheiße, Mann. Das ist knapp jetzt auf jeden Fall. Das ist knapp jetzt auf jeden Fall. Ja. Vor allem ab und zu hört der auch schon bei 5 Sekunden oder so aufgeräten. Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall. Ja. 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 Gibt sich auch. Ja. Sieht schon machbar aus. Das sieht echt unwirklich aus. Doch, gib nicht auf. Jede eine Steinkante. Der Tor, wenn er bei 5 Sekunden aufhört. War das jetzt, Alter? Der hat sich rausgeflogen und eingeschleppt. Nein, der hat bei 5 Sekunden aufgehört, Mann. Bei 5 Sekunden hat er aufgehört. Ja, weil er eingeschleppt ist. Nein, nicht deswegen. Der war aber kein Scheiß, Alter. Jetzt hat man ihn auch rausgeflogen. So, die 2er-Account. Ja, tot, Alter. Haben sie es nicht geschafft, oder? Ja, die 5 Sekunden. Ich tausche mir jetzt gleich aus. Ja, von mir aus, Alter. Mach es doch wieder, ihr Lieben. Mach es doch mal. Sturzflug brauchen wir. Aber halt 5 Sekunden. Das war halt wirklich so. Schade. So, zweiter Versuch. Jetzt machen wir Wetterbonus für Gestein. Letztes Mal war es ein bisschen knapp. Jetzt ist es ein bisschen windig, aber ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Schauen wir mal. Schade. 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 So, jetzt machen wir Wetterbonus für Gestein. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. So, jetzt machen wir Wetterbonus für Wetterbonus für Wetterbonus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir haben mich gefragt, gestern im Livestream, wie man beim Vorao wirft, ganz einfach, hier immer der Trick, ich weiß, in die Größe einstellen wie ihr es haben wollt, dann wenn er angreift, einfach Richtung Schnappel zählen. Also für mich ist es leichter unten, weil ich komme nicht so weit nach oben, liegt vielleicht am Handy, das hängt oder so. Oh, jetzt zum Beispiel war ich zu langsam, hab ich den Ball zu lange gedreht und dadurch hat der so krass sich wieder geändert, aber egal, könnte gecatchen. So, das war's vom Video. Ich sehe gerade, das Video dauert schon fast 20 Minuten. Eigentlich hätte ich das in zwei Teile auftanken können. Erster Teil, 100% Ho-Ho gefangen. Leider nicht Shiny, aber ich bin zufrieden mit 100%. Shiny habe ich noch keinen, aber ich habe noch einen Monat Zeit, um einen Shiny zu fangen. Und Ho-Ho zu dritt geschafft. Beim zweiten Versuch hatten wir Wetterbonus und er hatte Sturzflug. Also Sturzflug ist immer möglich. Und Feuersturm hätten wir mit Wetterbonus auch auf jeden Fall geschafft. Also das war echt richtig knapp am Ende. Aber das war's von mir. Ich hab noch einen Linken-Kontage, wie es bei euch so läuft mit Ho-Ho. Habt ihr schon ein Shiny gefangen? Hunderter? Shiny-Hunderter? All das unten in die Kommentare. Das war's von mir. Ich will mal liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab. Folg mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokemon is serious business. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. nü